Ja Leute und damit ein herzlich willkommen zurück mit dem schönen Baum im Hintergrund zu dem Let's Play von Zelda Scrolls 5 Skyrim. Ihr seht schon, wir sind mal wieder absolut hart unter... Okay gut, wir sind mal wieder absolut hart unterwegs und ich gucke jetzt mal kurz wo wir hier stehen geblieben waren, weil ich hatte jetzt schon nicht mehr gespielt, ich habe 59 Pfeile, aber das ist jetzt auch nicht so wild, weil... es nicht so wild ist. Dann machen wir nochmal ein neuer, aber nicht jetzt. Dann spielen wir heute mal ein bisschen mehr mit Schwertern, so. Dann gucken wir jetzt mal, was wir jetzt alles mal machen wollen. Wir wollen ja mal die kleinen Sachen machen, weil das halt einfach so... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall die kleinen Sachen machen, damit wir mal ein bisschen vorankommen, okay? Ne, ich habe mal eine richtig coole Sache. Obwohl, doch die Finde die Energiequelle in Hexenende ist eine geile Sache, oder? Warte mal, wo ist das auf der Karte? Müsste da hinten irgendwo sein. Ja! Okay, das ist auf dem Berg. Da teleportieren wir uns mal hin, machen wir mal eine kleine Schnellreise. Das machen wir jetzt mal, weil da müsste eigentlich ein Drachenwort, also ein Drachenschrei sein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Was für einer weiß ich leider gerade nicht aus dem Kopf. Ich trinke zwischendurch immer mal wieder. Ich weiß auch noch nicht, Leute, wie viel ich vorproduzieren werde. Ich mache meistens so... Die Skyrim-Videos... Sind ja sieben Videos in der Woche. Und das mache ich meistens so, dass ich... Wartet, wartet, ich quatsch gleich. Ich setze den Marker mal dahinter. Ich mache das meistens so, dass ich zwei- bis dreimal in der Woche aufnehme. Also ich nehme nicht jeden Tag eine Folge auf, weil das zeitlich einfach nicht machbar wäre. Das Rendern dauert ja auch eine Weile und das Schneiden und so. Und da ich ja auch nicht nur die Skyrim-Videos schneide, sondern auch die Minecraft-COD-Videos und die Themenwochen-Videos, Zelda macht Kahl alleine. Das habe ich ihm gezeigt gehabt, wie es geht. Und ich bin auch mehr als zufrieden mit den Videos, muss ich wirklich mal sagen. An der Stelle nochmal Props an ihn. Und ich liebe dieses Spiel sowieso, Zelda. Also auch gerne bei ihm vorbeipümmeln. Den Gefallen könnt ihr mir heute mal tun. Das ist jetzt belastend, belastend. Wir könnten eigentlich auch darüber gehen, weil eigentlich ist es vollkommen scheißegal. Lebt man den Fall ins Wasser? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Aber im Wasser können auch öfters mal so Fische sein. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Geben wir auch mal ein bisschen die zweihändigen Sachen. Heben wir natürlich nicht. Haben wir jetzt eigentlich mal... Gut, wir haben noch genug Platz. Ja, da auf jeden Fall mal vorbeipümmeln, Leute. Das würde mich extrem freuen. Vor allem auch für ihn. Wir sind in letzter Zeit, muss ich sagen, ehrlich richtig zufrieden, wie es mit dem Kanal läuft. Klar, wir machen viele Videos, ne? Gut, Digga. Wenn du eine Fresse haben willst, komm her. Du brauchst sogar Adept-Stufe. Ich hab Blitz und... Als ob der so schnell tot war. Wir sind echt zufrieden. Wir haben gerade... Ich nehme gerade auf, wo wir... Wo wir... Ähm... 124 haben. Wartet mal kurz, weil die Adornagenschmiede... Ich wusste gar nicht, dass man hier auch die Info bekommt. Wartet, wartet, wartet. Wo ist das? Da. Dädrischer Brustpanzer. Das sind so Rezepte. Ihr seht schon, man kann es gar nicht lesen. Ja, warum nicht? Weil hier keine Drachensprache beherrscht. Und, Leute, da steht das... Ähm... Das... Ähm, 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 ähm... Mensch, das Rezept für den Trick, den ich auch in einem... Oder hab ich den schon die Woche gezeigt? Aufgenommen hab ich's schon, aber ich weiß noch nicht, ob ich's gezeigt hab. Weil wir machen... Also ich mach jede Woche zwei Glitches-Tipps- und Tricks-Videos. Da können Glitches kommen, da können Tipps kommen, da können Tricks kommen. Normale Sachen, wie ihr levelt. Normale Sachen, wie ihr an sehr starke Rüstung sehr schnell rankommt. Also auch gerne vorbeipümmeln und vor allem weiterempfehlen. Das hier ist eines der Rezepte. Die sind verstreut, aber auch relativ rar. Und ein paar waren auch in irgendeinem Buch versteckt. Und deswegen, ähm... Wissen das auch viele immer gar nicht. Ich... Ich verwund... Bin immer so ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, im Endeffekt, steht alles im Spiel drinne. Das Spiel verrät euch alles. Ihr müsst euch bloß mal die Sachen durchlesen, die da stehen. Und das machen viele einfach nicht. Ich möchte mal einfach... Komm, herunter. Ich wollte das noch haben, was da drin ist. So. Äh... Das Spiel verrät euch so viel, das glaubt ihr gar nicht. Und... Und viele achten da einfach nicht drauf. Leute! Allein, wenn ihr das Buch kauft, Seelenfalle. Der Magier sagt euch sogar. Habt ihr ein gewiss... Ein... Er sagt das nicht so direkt, aber... Wer das Spiel spielt, ist ja generell... Sagen wir mal mindestens 16. Weil das Spiel ist ja, glaube ich, sogar noch ab 16, wenn ich mich... Oh, oh, oh. Die blauen... Kümmer... Ich hab eigentlich schon auf... Egal, den brauchen wir trotzdem für einen starken Trank. Ähm... Der... Der gibt euch ja einen Tipp. Der sagt das sogar. Wenn ihr das auf der und der Stufe habt. So direkt sagt das natürlich nicht, ne? Aber wenn ihr es auf einer gewissen Stufe habt, dann, äh... Geht nach Winterfest und lasst euch da unterrichten. Weil es da halt... Ne? Also, das... Ist schon so ein Hinweis auf eine Nebenquest. Und genau das ist eine Nebenquest. Das werde ich hier... Ähm... Nicht zeigen. Ich hab's auch schon gemacht, Leute. Mit dem Profil hier. Aber offscreen. Äh... Und hab das mit dem... Zweit-Account, mit dem ich wahrscheinlich auch streamen werde. Hab ich euch versucht... Wir quatschen jetzt mal kurz an. Ach nö, du kannst dich mal am Arsch lecken. Nö, nö. Das Geld kannst du behalten. Auf jeden Fall... Übrigens haben wir jetzt eine Stadt entdeckt. Ich hab gar nicht drauf geachtet, was für eine Stadt... Können wir hier irgendwo noch lang gehen? Dass ich mal den Weg... Bisschen... Oh, Leute. Man muss echt teilweise immer stehen. Das war früher nie so heftig. Ja, wenn ich jetzt da lang gehe, wo ich grad hingucke, dann komm ich um den Berg rum. Gut, wunderbar. Oh, ein Pferd hab ich immer noch nicht geholt. Da kümmere ich mich mal demnächst drum. Ja, auf jeden Fall... Gucken viele einfach nicht. Guckt euch gerne auch die Glitches, Tipps und Tricks Videos von uns an, beziehungsweise von mir. Guckt da denn mal vorbei. Es sind Sachen, die auch viele andere YouTuber schon gemacht haben. Ist ja auch kein Problem. Ich möchte es aber als Gesamtpaket machen. Ich möchte nicht nur Sachen machen, die halt noch keiner gemacht hat. Oder sage ich mal, vielleicht ein Englischsprachiger gemacht hat. Oder halt in der deutschen Szene fast unbekannt ist. Da gibt es auch viele Sachen. Aber das sehe ich irgendwie nicht ein. Weil vieles davon habe ich auch selber rausgefunden, ohne irgendwelche Videos. Das hört sich voll bescheuert an. Wie das zum Beispiel mit dem... Wie er Briesenheim und ein paar andere Häuser umsonst bekommt. Das habe ich nicht durch ein Video rausgefunden. Das war purer Zufall bei mir. Weil ich was wegpacken wollte. Und dann habe ich mitbekommen, oh, das kannst du ja auch umsonst kriegen. Und dann hatte ich irgendwann später mal ein Video bei YouTube gesehen, dass das nicht nur bei Briesenheim funktioniert. Weil ich hatte es nämlich durch Zufall bei Briesenheim gemacht. Das funktioniert nämlich bei sehr vielen Häusern. Auch bei dem, was 25.000 kostet. Wie die Stadt heißt, weiß ich gerade nicht. Da gibt es so viele Leute. Und da bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass ich das alles einfach zeigen werde. Ich werde da auch so eine Playlist noch erstellen, dass ihr davon auch was habt. Wenn ihr uns abonniert habt und Skyrim spielt, dann habt ihr davon auch was. Es werden auch Sachen kommen, die Safe kaum ein anderer YouTuber gemacht hat. Wenn nicht sogar noch gar keiner. Und erst recht nicht ein deutschsprachiger. Und da gibt es dann schon ein paar Vorteile für euch. Also da sind schon echt heftige Sachen mit bei. Ich möchte da aber nicht zu dolle spoilern. Weil das möchte ich euch dann halt einfach zeigen, warum ich jetzt hier übrigens lang renne. Müsstet ihr auf der Karte schon gesehen haben. Da ist ein Stein. Ich weiß nicht welcher das ist. Ist das jetzt ein Atonagenstein? Wäre ich ein bisschen anipisst, weil der bringt mir nichts. Den, ähm, diesen Stein vom Tragen her. Ja, das ist er. Schlachtrausstein. Geil. Passt auf, wir machen das. Weil, ich kann jetzt mehr tragen. Und jetzt passt auf. Der Effekt ist so OP, Leute. Ohne Witz. Da. Tragfähigkeit plus 100 und kein negativer Bewegungseffekt in Rüstung. Bedeutet, mehr oder weniger, ist das, glaube ich, der Stein wirklich gewesen? Ja, die Rüstung wiegt für mich jetzt sozusagen nichts mehr. Also, ich merke von dem, von der Rüstung nichts mehr. Die Rüstung, die ich hier anhabe, wiegt für mich nichts mehr, Leute. Die Rüstung, die ich anhabe. Nur die, die ich anhabe hier gerade. Deswegen benutze ich den und wir haben jetzt auch eine Traglast von 480, Leute. Übrigens, jede Stufe, die wir im Ausdauer steigen, ist jetzt mal so ein kleines, ähm, Erzählvideo von mir. Ich glaube, ich quatsche auch gerade etwas viel, aber sind Sachen für euch, wenn ihr das Spiel spielt, die echt hilfreich sind. Und jede Stufe, die hier, wartet, 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 die hier jetzt steigt, 270 Magiker, 250 Gesundheit und 260 Ausdauer. Jede 10 Ausdauer, die hier steigt, bringen euch 5 Tragfähigkeit. Ich weiß aber nicht, ob es da eine maximale Grenze gibt, weil ich hatte damals mit 450 Tragfähigkeit oder so rumgeeiert. Das hat vollkommen gereicht, weil eigentlich ist man ja doch der Mensch, der öfters mal was abgibt oder, oder halt einfach zu Hause anhält und es in eine Truhe packt oder verkauft und, und, und. Ne, Leute? Also, da sollte es auch kein Problem geben. Übrigens fällt mir gerade mal ein, wir haben ja schon einen Stein von Barenzi. Natürlich habt ihr davon auch was mitbekommen, aber wisst nicht, dass es ein Stein von Barenzi ist. 24 Stück oder 26 waren es. Ich glaube, es waren 24. Ähm, da haben wir aber erst einen von. Die Quests habe ich auch bewusst noch nicht weiter verfolgt und außerdem findet man auch viele Steine in einigen Städten, in anderen Quests und, und, und. Also, das ist kein Quest hier, was man so direkt verfolgen kann, außer man weiß, wo die Steine wirklich sind. Auf dem Weg dahin werden wir natürlich jetzt noch die weiteren Sachen, die wir gerade so noch schnell mitnehmen können, auch mitnehmen, habe ich ja gesagt. Was wir einmal mitnehmen haben, haben wir. Da kenne ich auch nichts. Tut mir auch leid, aber das Spiel besteht auch ab und zu mal einfach um, aus Rumlaufen. Danke. Kiefern Mondhöhle wird entdeckt. Kiefern Mondhöhle oder Kiefern Mondhöhle? Ich habe jetzt gerade nicht richtig gelesen. Hätte doch irgendwas rum. Digga, was willst du? Naja, lassen wir ihn mal passieren. So, dann gucken wir nochmal kurz auf die Karte. Wir sind nicht mehr weit weg. So, den blauen Marker, den werde ich jetzt mal entfernen. Der fuckt mich nämlich ein bisschen ab. Der war gerade bloß so ein bisschen für mich als... Ähm... Hä? Gut, kann ich irgendwie nicht wegmachen. Egal, lass mal da. Das nehmen wir auch noch mit, wenn wir hier einmal sind. Es gibt so viele Sachen, Leute, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen werde. Und ich hoffe auch, dass er das so ein bisschen... Ein bisschen Rückkopplung gibt. Ich mache es sowieso. Ob da jetzt nur zwei Leute gucken oder nur drei Leute. Ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe. Und wenn er das dann anguckt und guckt das an, finde ich dann nicht, ne? Also, da gehen wir später hin. Ich wollte es bloß entdecken. Aber das ist auch noch ein... Nur etwas wichtigerer Part im Spiel. Also gehört... Meines derzeitigen... Derzeitigen Standes... Von Erinnerung her, glaube ich, sogar zur Hauptstory. Aber... Da kann ich mich natürlich auch ein bisschen irren, ne? Warum seid denn ihr so schwach, Alter? Kann auch daran liegen, dass ich eigentlich relativ starke Rüstung und Sachen... Ach, nein! Die will ich doch nicht mitnehmen, Alter. Das bisschen Geld kann ich mir auch hinten in den Arsch reinpumpen. Ne, Leute, sorry. Den Bogen werden wir heute mal etwas weniger benutzen, weil ich kaum noch Pfeile habe. Die werde ich mir noch machen, weil die letzten Pfeile möchte ich nicht für irgendwelche No-Hands hier benutzen. Gold, Elfenpfeile... Pfeile wiegen ja allgemein nichts. Der Bogen geht und der Deutsch auch zum Verzaubern. Wie gesagt, Deutsche zum Verschaubern, Verschaubern, ne? Ein bisschen Deutsch sollte man schon können, Kevin. Sollte man schon hinkriegen, kann ich das Feuer jetzt hochheben? Schade, das bräuchte ich nämlich eigentlich für die... Für die ganze Aktion. Ne, da gehen wir jetzt, wie gesagt, noch nicht rein. Hat jetzt noch mit zu dem dazugehört. Wir sind aber gleich da. Wir fangen auch noch an. Wir gehen da noch rein, weil das ist nur noch ein paar Meter weg. Alter, hab ich jetzt... Ich dachte jetzt... Ach Gott, ey. Na gut. Kommt aber auch davon, wenn man die ganze Zeit irgendwo rumeiert, ne? Ja. Ich denke mal, das liegt auch in dem Interesse von den Leuten, die sich wirklich für Skyrim interessieren und es auch cool finden und 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 halt so viele Kleinigkeiten. Ich möchte halt den Leuten, die das spielen, aber auch Leuten, die es nicht spielen und sich vielleicht sogar überlegen, es zu kaufen, das Spiel ein bisschen näher bringen. Ein paar Tricks zeigen, weil manche heulen dann rum, oh nee, das dauert und es ist so langwierig und ich komme ewig nicht voran und und und. Alter, wieso seid denn ihr alle One-Hit? Leute, ohne Witz, ich kann mir noch viel, viel stärkere Sachen machen und die hier könnte ich auch viel stärker machen, mache ich aber derzeit nicht, weil ich es sinnlos finde. Ach komm, die machen auch noch platt, die machen da gerade so einen Drachenkult ums Scheiß, beziehungsweise... So, und wenn die tot ist, zerfällt auch ihr Arthronage-Vieh oder was sie da gerade versucht hat zu beschwören, keine Ahnung. Nehmen wir mit, Seelensteine auch. Gefüllte Steine sind immer ganz langweilig. Kein Herz oder so? Oh, wenn ich ja Seelensteine... Das? Was ist das? Auch nichts. Oh, schön, schön. Und nichts wirklich Interessantes. Die sind aber auch schlecht ausgestattet, Leute. Mein Gott, ey. Irgendwo noch eine Truhe, die man benutzen könnte. Nö, die Rüstung könnt ihr behalten. Alles scheiße. Das nehmen wir noch mit, die Schneebären. Die sind meistens in so... Sagt ja schon der Name. In Schneebären-Gebieten unterwegs. Und die könnten wir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich sag sowas mal so oft und es kommen so wenig Kommentare. Eigentlich sollte man sich dabei voll dumm vorkommen, aber... Mein Gott. Äh... Könnt mir auf jeden Fall mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr so den bisherigen Kommentar-Stil findet. Was man noch verbessern kann. Wie ihr was seht. Wartet mal kurz. Mal kurz aufs Handy gucken. So das da einmal. Ach Mensch. Manchmal muss man schon mal kurz gucken. Mir auch gerade leid, aber... Nicht werden 1-2 Minuten drangehängt, Leute. Wie gesagt, ich seh das nicht so eng. 20-25 Minuten sollte man locker... Machen können, ne? Machen können, ne? Also, wie gesagt, da bin ich ganz offen. Worauf ihr Bock habt, mach ich natürlich gerne. Und ich hab natürlich auch Bock auf das Let's Play. Also hab ich damit kein Problem. Auch mal ein bisschen zu überziehen. So, weiter geht's. Sorry, das war gerade kurz wichtig. Gibt auch wichtige Sachen im Leben... Einem Leben. So, der da könnte aufstehen, wenn er gut gelaunt ist. Ne, doch nicht. Doch nicht. Hab mich verguckt. Ich dachte, Gott, das ist ein Dauger. Da ist ne... Ich seh sowas immer viel zu spät, Leute. Guckt in, das hier sind meistens entweder Giftpfeile oder nichts. Aber das ist jetzt nicht das, was ich denke, oder? Die hat mich noch nicht gesehen, Digga. Die hat mich noch nicht gesehen. Alle noch nicht gesehen. Ich könnte mich ja auch unsichtbar machen. Wartet mal. Das wäre eigentlich mal ne ganz geile Sache, oder? Nein. Hä? 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 Scheiße, den hab ich ja noch gar nicht. Hm. Ah, warte mal. Ist der nicht bei Illusion mit bei? Äh. Den mach ich mal kurz. So, und da er uns noch nicht mitbekommen hatte, haben wir ihn jetzt noch abgestochen. Und das hat uns natürlich auch Schleichen eingebracht, Leute. Ach so. So. Oh. Die Sachen sind so sinnlos, Leute. Ohne Witz. Das abgeschworene Pfeile sind auch so schwach. Die kann man sich auch hinten in den Arsch reinstecken. Da kommt dasselbe bei raus. Sorry, dass ich das so deutlich sage. Aber wer die Let's Plays von uns guckt, weiß ja, dass wir kein Blatt vom Mund nehmen und das auch so machen, wie wir es für richtig halten. Komm, schieß mich ruhig ab. Damit hab ich nicht mal ein Problem. Oh, haben wir dich abgestochen, ne? Oh, tut mir aber leid, Digga. So. Die Tränke nehmen wir immer mit, weil ich sie einfach mitnehme, ne? So. Ich möchte eigentlich auch mal ein bisschen... Okay. Jetzt war ich grad verwirrt, dass ich den Zauber schon habe. War ich gar nicht mitbekommen. Aber wenn man einfach alle kauft, wie den Tag, und dann aktiviert, dann, ne? Ne, das beschädigte Buch brauchen wir nicht. Das hat uns auf jeden Fall noch einer gesehen. Die werden auf uns jetzt... Sag mal, bist du bescheuert? War das jetzt? Ach, das war ne Falle, oder was? Okay. Ja, was interessiert uns nicht so richtig, wie ihr mitbekommen habt? Oh, Leute! Die ist willig. Aber ich bin kein Nekrophiler. Nee. Schwarze Seelensteine, übrigens die höchsten Seelensteine, die es gibt. Immer mitnehmen. Immer. In die schwarzen Seelensteine passen die größten Seelen. Also, menschliche Seelen. Das sind auch dann die stärksten Seelen, ne? Bitte. Tut euch den Gefallen und versucht... Am Anfang ist es scheißegal, womit ihr eure Rüstung verzaubert. Aber genau deswegen habe ich noch nicht weitergemacht. Weil ich meine Rüstung hier nochmal schmieden werde mit einer kompletten Rüstung, die ich da vorschmiede und verzaubere, mit besserem Effekt. Also, dass ich automatisch schon von Anfang an bessere Rüstung schmiede. Dann nochmal die Verbesserung besser ist und dann die Verzauberung auch noch stärker mache. Das alles mit Tränken und Rüstungsteilen, ne? Nur damit er da auch Bescheid ist. Ich glaube, die Assetten auch knacken können, das Schloss. Leute, ich kriege da übelst das Ding in die Fresse und die kriegen nichts mit, oder was? Passt auf, wir gehen jetzt hinterher. Na? Au, oh, fuck. Puh! Ne, aber die haben so viele Zaubertränke, Leute. Merkt ihr das? So, Eisendeutsch, wir haben mitnehmen, wegen Verzaubern. Wie gesagt, das hatte ich euch ja schon angekündigt. Makellose Amethyst. Ist auch eine schöne Sache, wenn ihr... Eure Schmiedekunst pushen wollt. Goldbahn, makellose Amethyst. Ich wollte ihn noch eigentlich... Oh ja, ich wollte ihn eigentlich noch killen, während er sitzt. Das wäre viel geiler gewesen, so. Wir machen jetzt auch mal ein paar andere Sachen. So, weil ich möchte die ganzen Sachen hochpushen. Eine ganz coole Sache, das... Warte mal, das Magierlicht bleibt doch am Ort und Stelle, oder? Ne, das ist scheiße, das war das Falsche, wartet. Äh, Kerzenschein ist das. Oder? Na, Kerzenschein. Ist ein schöner Zauber, verbraucht auch richtig wenig. Und gibt dir halt Licht. Gerade in dunklen Quests, äh, beziehungsweise Dungeons, ist das eigentlich echt hilfreich. Kann ich immer wieder nur empfehlen. Ist so ein kleiner Geheimtipp, ne? Diese Tipps, die da unten stehen, die könnt ihr gerne mitlesen. Ich weiß das schon alles, deswegen werde ich dazu nichts mehr sagen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Spiel, hatten wir ja auch schon in den Kommentaren, beantworte ich die euch natürlich gerne. Aber, warum soll ich da jeden Kommentar durchlesen? Weil ihr seid ja selber alle groß und das immer vorzulesen, ist ja auch blöd. Zumals auch, äh, durch die, durch die Remastered-Version echt schnelle Ladezeiten sind. Normalerweise hast du mal zwei so eine Sachen gehabt. Wenn du Glück hattest, sogar drei Sachen. Je nachdem, wo du gerade warst. Also, naja, ne? Ist ja auch langweilig. Vor allem ist es auch alles immer wieder mal doppelt und sich das alles so aufzuschreiben oder zu mehr... Ey, sag mal, bist du geistig gestört? Ich will ihn hier ausrauben und du kommst... Und du sowieso. Hutz! Das waren natürlich mächtige Angriffe, ne? Starb der Flammen. Alter, da war ja... Das war ja so low, das Ding. 183. So, haben wir. Aber ist auch eine Quest, die man eigentlich relativ schon am Anfang machen kann. Sehe ich auch. So, wie du. Oh, Mensch, was wollt ihr denn alle? Batz! Noch irgendwer? Ja, da hinten ist noch irgendwo einer. Ach ja, Leute. Das ist schon echt chillig, ne? Wir sind jetzt bei 22 Minuten. Ich schraub die auch die ganze Zeit aus, obwohl es eigentlich voll sinnlos ist, ne? So, ähm, hier war aber auch noch irgendwo eine Truhe, das weiß ich. Das weiß ich noch ganz genau. So, die nehmen wir mal mit, aber ob ich brauchen tun wir nicht. Hier hinten war irgendwo eine Truhe, eher genau. Seht ihr, Leute? Also ein bisschen Erinnerungsvermögen. Ei! Als ob das doch keine Truhe war. Hä? Das sah gerade voll aus wie eine Truhe von beiden abgeschorenen Bogen. Die bringen relativ viel Kohle für das schlechte Zeug. Oh, ich hab ja früher alles durchsucht, weil manchmal findet man auch was. Aber wenn mir das einfällt, dass ich irgendwas vergessen hab, geh ich sowieso zurück, Leute. Ups! Wie hier Dorschmetzel! Voll die Ein-Mann-Armee, ne? Ihr seht schon, ich nehm wirklich immer dasselbe... Ah, hier ist ne Truhe, Leute. Du sollst dich verpissen! Oh, ein Dornherz, das ist sozusagen ein Anführer. Oh, deine Mutter, die bist tot. Nehmen wir mit. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Brauchen wir auch nicht. Nehmen wir mit. Keine Ahnung, was das für ein Schwert war. Interessiert mich auch nicht. Ich nehm's nur mit zum Ende... Das waren ja nicht mal zerstörte Bücher. Manchmal ist da ja wirklich was Sinnvolles mit bei. Ich dachte sogar, das sind beschädigte Bücher. Ja, hier auf der Seite haben wir eigentlich mehr oder weniger alles gecleanet. Wir könnten da noch lang gehen und dann da rüber. Aber das war eigentlich bloß mehr oder weniger Zeitverschwendung, wenn wir das so nennen. Darf ich das so nennen? Aber wo bist denn du? Äh, laber doch kein Bullshit. Hier, komm. Oh, daneben. Komm her. Danke. So Leute, bevor wir nach Hexenende reingehen, bin ich der Meinung, dass ich erstmal sage, dass wir hier den Cut machen, weil wir sind jetzt gleich bei 24 Minuten und so ein bisschen die Zeit möchte ich schon warnen, weil das dauert jetzt trotzdem ein bisschen. Ist zwar auch keine ewig lange Dungeon, sag ich mal, aber beziehungsweise bin ich der Meinung, dass es keine ewig lange war. Aber wir stellen uns jetzt mal hier vorhin, machen einmal kurz ein Kerzenlichtlein an, stecken die Weffchen weg, stellen uns mal richtig schön hin, damit wir das alles mal ein bisschen bewundern können hier. Dann würde ich sagen, an der Stelle endet heute das Let's Play und wir sehen uns morgen bei einem weiteren Part zu Zelda Scrolls 5 Skyrim. Schaut morgen auf jeden Fall gerne hier vorbei, schaut auch bei den ganzen Glitches vorbei, wenn euch da irgendwas interessiert. Es kann ja auch sein, dass da Sachen mit dabei sind, die ihr schon wisst, dann müsst ihr uns ja auch nicht angucken, aber bei anderen Sachen, die ihr noch nicht wisst, könnt ihr euch gerne natürlich mal angucken. Und dann würde ich sagen, haut rein!